Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 52 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1450 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Näher Diab für den Pferd. Wir sehen uns auf Instagram. Tschüss! Tschüss! Tschüss!